blähungen was tun ganz herzlich willkommen zu diesem video mein name ist dr selz ich beschäftige mich schon sehr sehr lange genau genommen seit der jugend mit dem thema darm mit dem thema blähungen und möchte jetzt einfach mal die top 5 gründe nennen was man tun kann oder worauf man schauen sollte wenn man blähungen hat kurz zur vorrede total viele menschen haben blähungen oder leiden unter übermäßiger gasbildung es ist die dritthäufigste störung im magen darm trakt und die frauen die leiden ganz besonders häufig darunter warum erkläre ich gleich nochmal später grundsätzlich ist es mal so wenn wir etwas essen das ballaststoffhaltig ist dann gibt es ein kleines problem letzten endes denn wir haben keine kein organ das direkt verdauungsenzyme für ballaststoffe herstellt sondern wir haben verdauungsenzyme für fett für eiweiß für kohlenhydrate aber die ballaststoff verdauungsenzyme die müssen die darmbakterien direkt herstellen und hier kommt häufig zum problem dass wenn man im übermaß sozusagen ballaststoffhaltige dinge isst wie zwiebel wie knoblauch wie kraut wie paprika dann gibt es eben menschen die können das schlecht verdauen also das ist ein grund für blähungen dass sie sozusagen in einem gewissen maße normal sind wenn es aber jetzt zu einschränkungen in der eiweiß oder in der fettverdauung kommt weil einfach die enzyme nicht richtig funktionieren oder weil die enzyme nicht vorhanden sind beispielsweise wie bei einer bauchspeicheldrüsen schwäche dann verrottet sozusagen der speisebrei er muss letzten endes verrotten er kann gar nicht richtig durch verdaut werden wie die aufschlüsselung in die einzelnen moleküle funktioniert nicht richtig gut und deswegen bleibt er liegen und er bleibt übermäßig lange liegen und gärt dann also darauf sollte man schauen der dritte punkt sind intoleranzen und intoleranzen können letzten endes auch zu sehr sehr starken blähungen führen wie eine sorbitunverträglichkeit oder wie eine laktoseunverträglichkeit also eine milchzuckerunverträglichkeit oder wie eine fruktoseintoleranz hier fehlen einfach die verdauungsenzyme für diese genannten stoffe und dann kommt es ebenfalls wieder zu einer übermäßigen gasbildung vierter und ein sehr sehr wichtiger aber häufig übersehender punkt ist ein nicht korrekter ph wert im magen darmdach beziehungsweise im darmdach warum wenn es zu dysbalancen kommt von den bakterien sprich wenn man also zu wenig säure bildende bakterien hat dann kann der ph wert im im magen darmdach nicht stimmen vor allem im dünnen und dickdarm nicht stimmen und hier kann es dann dazu kommen dass eben die verdauungsenzyme obwohl sie da sind nicht richtig funktionieren können und das begünstigt wiederum blähungen und einer der häufigsten gründe ist natürlich habe es schon so ein bisschen durchklingen lassen eine fehlbesiedelung des darmes sprich wenn also die guten darm bakterien in den hintergrund gedrängt wurden beispielsweise wenn man längere zeit schmerzmittel nehmen musste wenn man längere zeit antibiotikum einnehmen musste dann kann es eben dazu kommen dass die darmflora kippt und letzten endes sind dann die schlechten darm bakterien auf dem vormarsch und es gibt halt dort gas bildende bakterien und die bilden dann hielt halt dieses methangas mit diesen unangenehmen gerüchen also auch hier sollte man schauen einfach mal einen test machen wie gut oder wie schlecht sind die bakterien da unten drin und dann hier auch wieder korrigierend eingreifen auf jeden fall wenn es massive blähungen gibt oder darmprobleme natürlich immer zum arzt gehen eventuell muss eine weiterführende diagnostik gemacht werden beim gastroenterologen eine darmspiegelung oder wir haben auch jede menge toller stuhltests mittlerweile die hier weiterhelfen können so das war's zu diesem thema es gibt noch ein extra video zum thema starke blähungen und ja danke fürs zuhören bis bald